Alles klar, her mit der Knete! Du hast angefangen! Nein, du! Du hast angefangen! Hört auf! Hör auf! Kinder, hört auf! Hör auf! Ihr sollt aufhören! Schluss damit! Hallo, JT. Hi, Mrs. Webber. Und wer ist denn da? Die putzigsten Webber-Kinder. Ja, wie auch immer. Ich hol sie dann um zehn. Hallo, Kinderchen. Du bist hästlich. Na, du bist aber ein reizender kleiner Fratze. Hey, ich bin Al. Ich passe mit JT auf euch auf. Hallo, Sahne-Maus. Wo hast du mein Leben lang gesteckt? Wie bitte? Ich denke, wir beide sind das schärfste Traumpaar der Saison. Und ich denke, du brauchst ein bisschen Eis in der Hose. Was immer dich anmacht, Babe. Okay, Kids. Wer will was Süßes? Ich will Süßes! Ich will Süßes! Ich will Süßes! Na gut, folgt mir unauffällig. Ich bin He-Man! Das solltest du besser lassen, oder ich schicke dich auf die Matte. Na endlich, wir sind allein. Wie wär's, wenn du, äh, uns was zu trinken holst und wir beide kommen uns näher? Jetzt hör mal zu, du Baby-Macho. Ich bin auf der Highschool und du trägst sicher noch Comic-Unterhosen. Also, schenk dir das Gesülze oder ich schaff dich zum Tierarzt und lass dich reparieren. Hey, du stehst auf die kratzbürstige Tour. Hinsetzen. Ist das hier vielleicht J.T.'s Babysitter-Service? Ja. Okay, Kinder, wir sind hier richtig. Alle mal raus aus dem Bus! Bus? Äh, die sind alle katholisch und ausgesprochen gut erzogen. Ich würde Ihnen auf keinen Fall noch mehr Zucker geben. Hier sind die Namen und Telefonnummern. Viel Glück! Wo wollen Sie denn hin? Ich hab diese Brut seit Sonnenaufgang am Hals. Ich muss jetzt trinken! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut!